Schneller Kollege Schneller sag dich Schneller Muss man das auch nochmal selber machen? Ich glaub's ja nicht So, sollte reichen Dass man das hier mal noch automatisch machen muss, ey Per Hand machen muss Ach guck mal, da landet Mülle unten grad Ja, aber ist ja normal, ne? Die Reste, die da landen Hm War's das? Scheint der Fall zu sein Zack Ich muss was trinken Kaffee schon, ey Tschüss Trinken wir mal kurz Kaffee, dann können wir wieder rennen Noch brauchen wir keine Lohnzahlen Dauert noch ein bisschen Schade ich in fünf Minuten Oder so Zack Dann Jetzt so war So D. 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 Momentan haben wir noch genug Gruppen Pardon Einen Moment Wollen wir mal so einlenken. Okay. Das war's. Naja. Wie zwölf. Das war's zwölf? Wieso war noch zwölf? Hä? Hab ich nicht mehr gehabt? Was soll das denn? Eins, zwei, drei. Mann. Was soll denn das jetzt? Kann ich's nur machen, raufschmeißen? Okay. Okay. Das war nicht alles. Mist. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Einer noch. Ich hab doch 19 geholt. Hm. Hm. Okay. Ist einer hier drin gelandet. Hier gelandet. Müssen wir noch einen holen. Zwölf. Nochmal. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hä? Ach 19. Da ist er. Da ist er. Wollte schon sagen. Ach. Hä? Ist er rausgefallen? Kann das auch passieren? Kann das auch passieren? Hm. Kann wohl sein, dass das auch passiert. Junge, dauert das lange. Sag nicht, da ist wieder rausgefallen, ne? Hä? Hm. Was sollte das denn jetzt? Hä? Jetzt. Da ist er ja. Junge, Junge, Junge. Äh. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie man das wieder hinkriegt. Und die man einfach direkt rausstapelt. Didi. Yep. Okay. Warum muss eigentlich ich immer noch als Chef selber arbeiten, hä? Warum? Ich bin doch Chef. Kennt man noch. Dass man als Chef nicht selbst Hand anlegen muss. Oder? Jetzt. Fertig. Junge. Jetzt habe ich's. Neuer Vertrag freigeschaltet. Okay. Upgrades. Untergrund Brauerei freigeschaltet. Ho. Releband M. Neuer baubare Gegenstand. Kauf und platzieren. Bautank. 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 So, soll ich den unten platzieren? Junge. Junge, Junge, Junge. Einen Brautrank. Kaufen. Nö, wird noch nichts. Wir machen mit dem Vestor mal. Will ich mal schauen, wie das so ist. Aha. Oh. Okay. Wie geht's hier rein? Ah, okay, das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Ein Vestor. Mache es mal so. Ah, okay. Ich werde nämlich das dann mal machen. Danke. Okay, zielen. Hm. Okay. Junge, Junge, Junge. Kaufen. Oh Gott. Ich würde das Ding mal hier in stellen. Den, den, den. Zack. Ich stelle ein Rezept auf den Computer. Ich stelle ein Rezept auf den Computer. Lass mich mal was gucken. Wie teuer ist denn einer? Tausend. Nein. Weil dann hätten wir einen zweiten bauen können. Naja. Ein Rezept. Brauerei da. Wasser. Manager. Information. Gelagertes Wasser. 100 Liter. Taktinhalt. Mh, 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 mh. Upgrade Kosten. Rezepte. Nuss Rezepte erstellen. Rezept Editor. Wir machen mal das. Okay. First. Bier. Ich stelle zum braunen Malz. Naja. Ich schätze Braukosten. Nimm den aktuellen Marktpreis. Kosten. Ah, okay. Gesamt. Teuer, ne? Hauptfarbe. Was auch immer. Die Hauptfarbe sein soll. Das ist ein bisschen... Achso, mal kurz. Sekundärfarbe. Und bearbeiten. Okay. Ah ja. Format aus Min. Ne. Ich lasse das jetzt mal so. Erstellen. Beliebtheit. 50%. Möchtest du bist dabei, das gesamte Bier, dieses Rezeptex zu werfen, egal ob es bereits produziert wurde oder noch auf Lager ist. Ich habe ja noch nichts gemacht, ne? Ich habe ja noch nichts gemacht, ne? Industrie. Und jetzt ist es. Industrielle Hilfe. Industrie. 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 Und leere Flaschen. Und leere Flaschen. Leerlauf. Leerlauf. Ställe Wasser. Lieferung. Kale Hersteller. Warte mal. Stand. Stelle Wasser. Ist der Wasser? Dann glaube ich, ne? Was ich erstmal mach. Warte mal. Mal nachfüllen. ach so so ja zack geht zum was dann und öffnet das ventil alle das ist der profan gerade der draußen okay wahrscheinlich was macht er da hey ach so jetzt was bestellen paletten auf hoffen du kannst mehr bestellen wenn du kannst mehr bestellen wenn du das brauchst ja mache ich ich wollte dass man es voll ist machst du noch mal hupup dreht wichtig ich spreche erstmal kurz erst mal gespeichert ach halt die klappe junge ich weiß halt nicht wie das läuft wahrscheinlich müssen wir selber zu drehen dann oder auch nicht mäp 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 oh man auf zu hupen junge ich will ich will mal noch die müll da hinten rumliegen muss ich auch mal wegbringen ach komm nerf doch nicht es sind 1000 liter junge 1000 und du nervst mäp 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 oh man oh man oh man oh man oh man ako Okay, dann mach ich das von alleine. Alles klar, gut zu wissen. Vielleicht sollte ich das Tor auch schon mal aufmachen. Da kommt ein kleiner Scheiß und nervt auch wieder nach, irgendwann. So, weißt du, oh, wir haben ja noch einen zweiten... Ich wollte sagen, hier haben wir ja noch einen zweiten Wagen, aber der geht nicht. Das Regal ist wahrscheinlich hallo? Das Regal ist wahrscheinlich eher nicht, um die Paletten aufzutun. Ich muss jetzt mal da irgendwo hin. Juckt mich doch nicht. Die Idee. Eine Palette hopfen. Ah, jetzt geht's. Äh... Nee, das ist zu teuer, okay. Gut zu wissen. 600... Äh... Ich mach... Nee, ich mach 10. Bestelle eine Palette Hefe. Genau deswegen. Hefe... Die 100. Investor. Aha. Dann gebe ich... Den nehme ich erstmal wieder zurück. So. Nochmal Lieferung. Dann mach ich aber auch am besten... Zack, 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 bestellen. Machen wir das auch mal so. Nehmen die Hefe... Äh... Karton und verstaue ihn. Ja, schon klappt das nicht, ne? Äh... Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Äh... Wow. Long. Geht nur eine? Junge, ist das doof. Also, das ist noch so ein... bisschen sehr buggy, ey. Okay. Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Du-du-du-du-du. Ich schmeiß die da hinten, das war in die Ecke. Zack. Tschüss. Weil sonst fährt er ja nicht weiter. Die Hefe. Dafür brauche ich erstmal wieder meinen Hubwagen. Natürlich. Tü-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Zack. Mit dem Karton Hefe und verstaue ihn. Wer ist mal das hier? Frage ist... Müssen wir das verarbeiten dann? Ja, der wartet auf seinen Lohn, ne? Ach, Versteuchtung. Äh... Okay. Ich glaub, die können wir so runternehmen. Ehrlich? Na gut. Was willst du eigentlich? Ich hab doch gar nichts angenommen. Ich hab doch keinen Vertrag angenommen, oder? Ich kann erstmal noch ein bisschen auf seinen Lohn warten. So ein bisschen. Was willst du hier? Ein bisschen du. Erstmal bezweifle ich den Mitarbeiter. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Hallo, wer bist du? Wer sind sie? Hallo? Was machen sie hier auf mein Grundstück? Wie ist das denn? Der Müll nervt. Die Anzeige in der Ft-Torgen schon. Okay, dann. Nochmal anheben, bitte. Long. Rauf da. Zack. Ach, ja. Runter. Okay. Der macht das halt dann wirklich so. Nimm den... ...Karton und... ...bring ihn da hin. Also... ...machen wir einmal so. Zack. Hallo? Okay. Was will die, Alter, eigentlich? Oh, ich muss schon wieder Kaffee saufen. Naja, ich muss nicht. Ich will. Sanitäre Kontrolle Report. Insulten Lopri Fondant. Nothing, 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 report. Okay, ganz auf Deutsch ist das noch nicht. Ah, das war Kontrolle. Ob hier alles sauber ist. Aber was war das? Das ist Weizen, glaube ich, ne? Kommt hier die Hefe jetzt? Böb, böb. Hm. Ich habe ja ein bisschen mehr bestellt. Stimmt ja. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Passend drauf. Okay. Äh. Zack. Ja, die Kartons war das ja, ne? Hm, 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 hm. Ups. Einmal absetzen. Und das runterholen. Hä? Ich brauche einen Mitarbeiter, der das für mich macht. So, dann einmal hoch. Warum machen wir das eigentlich und nicht der Fahrer? Hm? Ich kenne das, dass der Fahrer das in der Regel machen soll. In der Regel. Zack. Okay. Ne, 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 ne. Okay. Dann haben wir einmal das. Einmal absetzen. Keine Ahnung, den lasse ich hier aber so stehen. So wie ganz Zeit schon. Dann bringe ich die Hilfe erstmal runter. Wee, 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 wee. Dafür nehme ich lieber den. Das ist angehörnig mal. Zack. Hä? Ey, du? Ach da jetzt. Wollte schon sagen, ich war so grün. Ich weiß, in der Regel soll man rückwärts runterfahren, aber das ist ein Spiel. Das ist, glaube ich, egal, oder? Aber du musst das mal da anheben. Okay. Ich glaube, man soll hier nicht so runterfahren, aber... Wen juckt das schon? Also mich nicht. Also mich juckt das nicht. Äh... Die, 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 die... Hm. Ah. Hä? Ich sollte hier abstehen. Okay. Abstehe. Ich glaube, es ist in Ordnung. Ich glaube, es ist in Ordnung. Okay, der Typ ist ganz schön nervig, woher es ist. Ist das dein Ernst? Ist er gerade an mir vorbeigelaufen? Da bist du. Junge. Räder 4. Junge, bist du nervig.